Herzlich Willkommen zu diesem neuen Among Us Video. Juhu, ich bin wieder zurück, yay. Ja, heute habe ich die, ähm, der Imposter darf nicht angesehen werden und dann kann er sich nicht bewegen, Mod. Also, ich erkläre es nicht mal. Wenn ich angeschaut werde, darf ich mich nicht bewegen. Also muss ich von hinten kommen und den Dank legen, weil sonst kann ich mich nicht bewegen. Ich kann auch gesoftlockt werden. Moment, Security schließen. Ich kann auch gesoftlockt werden, wenn ich zum Beispiel hier jetzt wende, rüber wende und hier rauskomme. Dann schaut mich der Gelbe die ganze Zeit an und ich kann mich nicht bewegen. Versteht ihr? Ich werde ihn jetzt mal kurz umbringen. So, Problem gelöst. Ja, aber wenn zum Beispiel jemand AFK ist und mich anschaut, dann habe ich ein Problem. Erste Runde. Uuuuh, mit Braun, okay. Interessant. Okay, jetzt liegen wir erst einmal eine ganze Handvoll Leute. Das ist natürlich gut für mich. Aber schlecht für den Content. Weil jetzt muss ich mehr Runden spielen. Egal. Okay. Okay, Colton ist ready. Oh, schwarz. Ja, den habe ich fast nicht gesehen. Stimmt. No. Noobie hieß er, glaube ich. Irgendwie so. Ja, okay. Wenden, wenden. Das ist meine Taktik, die ich immer mache. So, ja, Mann. Und da ist der Schloss. Oh, gewonnen. Juhu. So, jetzt mit Heiden Sieg. Imposter. Okay, warte, ich wollte mal Sion. Die soll. Ja. Ich bin ganz einfach nicht gesehen. Ich bin ganz einfach nicht gesehen. Okay, lass mich hier kurz mal den Kill Crew dann aufladen. Und dann geht es gleich weiter. So, okay. Oh mein Gott. Mann, jetzt schau ich mich an. Ja. Er hätte nicht in meiner Richtung laufen dürfen. Weil jetzt habe ich ihn getötet. Hahaha. So. Und zwei. Sabotieren. Und, ja. Schauen wir mal mal weiter. Okay, ist gelb oder kann ich gelb töten? Ach, komm. Ja. Skippt. So. Was haben wir jetzt? Ja, die sind fast mit Tasks fertig. Reaktor. Kommt wer? Ja, Kamid. Kamid. Blau. Nein! Sie haben die Tasks fertig. Ach, Mann. Nächste Runde. So. Jetzt mit Schwarz. Oh mein Gott. Da ist niemand aufgabe. Und er schaut mich an. Na, also ganz toll. Hm, 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 hm. Warte ich mal halt. Na? Servus. Ja. Ich habe ihn getötet. Bevor er ähm, reported hat. Also, reportet und dann habe ich ihn getötet. Ich kann nicht worten. Ich kann nicht worten. Dicke Sinn. Jetzt ist es geglitscht. Nein, ich wurde gebannt. Verdammt. Uh. Okay, jetzt mit Blau. Blau ist ja meine Lieblingsfarbe. Hallo. Okay, wir machen mal alles zu. Los. Stirb. Ja. Wenn jetzt jemand reinkommt, wir sind so fast. Oh, I don't know what I think. Ich bin mal weg. Okay, Moment. Moment. Ja, da. Ja, da. Okay, auch rausgelebt. Nein, sie haben mich rausgevotet. Oh, nee. Verdammt. Ja, wir haben trotzdem verloren. Sie haben uns. Blau dann rausgevotet. So, okay. Ich hab mich hier eingesperrt. Das war jetzt für dich nicht das Schlauste. Okay. Hallo, Geld. Ja. Einfach wieder zurück. Einfach wieder zurück. Okay, mein Freund ist gerade wieder aufgelaufen. Hier, da kommt ein bisschen was aus Electrical raus. Wie viele waren da in Electrical drin? So, wieder geskippt. Hm. Okay, ich hab mal geschlossen. Warte. Sollen wir so herum? Ah, ich hab gedacht, ich kann jemanden töten. Warte. Vielleicht krieg ich es nochmal hin. Okay, jetzt von oben. Ja, da. Grün, komm her. Warte, komm. Äh. Whee. Jep, grün was hast. Jetzt ist er weg. Okay. Ich lege ihn noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Leute, wenn ich mich nicht verzählt hab. Ja, okay. Mal schauen, ob ich den hier umbringen kann, oder? Weißt du was? Nee. Ich geh einfach weg. Ich muss meinen Killcooler noch aufladen. So, jetzt ist er ready. Okay. Ja. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so gut. Ich bin so nicht stehen geblieben. Aber. Oh. Haha. Ich bin trotzdem gewonnen. Wir sind das beste Team. Oha, mit live. Jetzt wird rasiert. Hoffe ich zumindest. Ich will doch mein Gewinne nicht nur verlieren. Hi. Ja. Du bist dood. Jetzt bin ich alleine. Okay. Ich hab hier jemanden eingefangen, wie ein Pokéball. Ja. Ah, ich hab schon wieder nicht gecheckt, ob jemand oben ist. Ich sollte das wirklich mal machen. Und nicht nur killen und Bart und so, ne? Ja. Okay. Aha. Just Elvis Presley. Mouse was not an Impostor. Ein Impostor Remains. Ja, das bin ich. Hallo. Leute. Ähm. O2. Hey, schau mich nicht an. Kann ich schon jetzt hier so rum? Na, komm daher. Ne? Ne? Ja. Hahaha. Okay, und jetzt noch eine spannende Runde. Jetzt wird rasiert. Jetzt wirst du getötet. Okay, hier verstehe ich mich. Ja. Das Blut spritzt mir ins Gesicht. Ist mir egal. Wenden. Jetzt Reaktor. Und weiter geht's. Laufen, laufen, laufen wie in einem schlechten James Bond-Film. Okay, hier hab ich. Okay, cool, gleich ready. Und Reaktor auch gleich. Weiter. Hallo? Ja, hall. Und damit von hinten gibt es Schreiber. Hör. Let's go. Danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020